Ja, hier ist strahlender Sonnenschein, plus 17 Grad und leichte Brise. Ja, das ist Soundstack. Mittag gewölkt, leichte Brise, ich will wieder ein bisschen drehen, aber stabiles Wetter und geht mir gut. Schönen Tag euch! Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Spannende Farben Das war's. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Start heute. Wir haben drei große Löcher reingemacht. Ich habe gedacht, dass wir etwas schweißen werden, aber das macht auch Roberto morgen. Und ich bin zufrieden mit dem Arbeiten. Das große Loch im Badezimmer, vorne am Bug und ein kleines Löchlein. Unter dem Badezimmer. Ja? 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020